Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Rätselrunde hier auf EXI TV. Mal sehen, was uns heute so erwartet. Anscheinend mal wieder ein Stockwerk, aka eine Etage. Eine Energiequelle, natürlich, die kennen wir auch schon. Der türkische Badeort ist mir sowas von gar nicht geläufig gerade. Ähm, da ich nicht bade, nein, äh, da ich mich, äh, da ich nicht verreise, üblicherweise, warnen, ähm, nee, weiß ich noch nicht, äh, Region in Italien, joa, nech, ähm, Probeläufe sind natürlich diesejenigen, äh, Moment, was, weibliches Kindeskind, äh. Äh, okay, äh, das finde ich jetzt gerade ein bisschen merkwürdig, weil, wo ist denn die Mehrzahl von Tests, Teste? Die Teste? Nein. Nein, 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 das möchte ich, nein, 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 das will ich nicht wahrhaben, das glaube ich nicht, äh, wenn das irgendjemand so sagt, dann, äh, äh, sehe ich es als mein, äh, Recht an, äh, das zu verweigern, das nicht anzuerkennen. Ich, ich finde, nein, also, wer sagt denn Teste? Die Teste? Ich sag sowas nicht, tut mir leid. Äh, Sternbild, könnte vielleicht irgendetwas, äh, sein, ähm, schauen wir mal. Äh, ähm, ja, ah, dann, dann weiß ich jetzt nämlich das da, das ist die Toskana und jetzt haben wir hier den Orion, ja, ja, Schnellfahrer ist natürlich ein Raser oder ein Philipp Amthor. Boah, 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 fies, das ist so fies. Ähm, ich kenne den Mann nicht mal. Ja, also, persönlich, glücklicherweise. Äh, Kurzform von Eduard. Ich glaube nicht, dass jemand einen Eduard Edi nennt und wenn doch, dann, äh, also, ich kenne Eder, aber nicht Edi. Also, äh, momentan kommen hier komische Worte drin vor, ähm, aber ja, äh, wenn, wenn, wenn das Rätsel das so sagt und ich es trotzdem rauskriege, ist in Ordnung. Äh, ähm, umgangssprachlich für Geld ist eventuell nicht Kohle, sondern, äh, machen wir erst mal das. Kröten, geht nicht, äh, dann machen wir erst mal das da. So, warnen, ähm, gibt wahrscheinlich dann auch das Wort mahnen dazu, ja, ja. Strom in Afrika ist natürlich der Nil und der Gezeitenstrom ist die Tide und hier meinen die natürlich nicht Kohle, sondern Knete. Mit Knete kann ich um, äh, also, das ist okay, das ist kein Wort, was mir jetzt komisch vorkommt. Ähm, so, verneinen, äh, ich wäre ja für dementieren, aber das geht halt nicht. Gewichtseinheit ist natürlich dann Kilogramm, äh, geht auch Milligramm, geht auch alles andere mögliche vor Gramm, äh, Teragramm bestimmt auch, aber da benutzt man üblicherweise dann schon irgendwas in Richtung, in Richtung Tonnen. Äh, tropisches Edelholz. Das könnte, boah, Pokémon Gold, Silber und Kristallspielen hat sich ausgezahlt. Deswegen weiß ich von Teakholz, wegen Teak City, tatsächlich, äh, botanischer Begriff könnte alles mögliche momentan so sein. Äste, ehrlich, das könnte Äste heißen. Äh, verneinen, negieren und es sind wahrscheinlich wirklich, der botanische Begriff ist, nee, oh, okay, Ehre, ah, ja, das hätte es auch sein können, das stimmt. So, Stadt in Kanada ist natürlich Toronto. So, Lateinisch für Fuß. P, E, D, nee, äh, dann, PES anscheinend, wegen Osmonium, Osmium, OS. Ja, Hausvorbau, hm, hm, Grabsäule. Äh, Stein würde reinpassen. Ein Lasttier ist natürlich der Esel und dann passt Stein da nicht mehr rein. Lehre vom Schönen. Beautik, Beautik-Hunde. Größe bestimmen ist Messen, hm, ja. A, Hülsenfrucht. Beere ist es nicht. Aber, äh, B passt schon mal zumindest dort. Äh, Birne? Ist die Birne eine Hülsenfrucht? Bestimmt ist die Birne jetzt eine Hülsenfrucht. Das ist sie aber anscheinend nicht. Aber ich habe einen weiteren Buchstaben dadurch. Ist ja schön. Ähm, griechischer Götterbote, natürlich. Ich hasse es immer wieder, wenn ich, äh, Post, äh, also, wenn, wenn, wenn Pakete über die geschickt werden. Oh, Balte. Este. Übrigens, wenn ich dieses Wort mal in einem Satz verwenden darf. Este es mi coche. Heißt, das ist mein Auto. Die könnten genauso, ja, äh, dieser, also, dieser könnte, äh, äh, Spanisch für dieser wäre auch Este. So, etwas wissen wollen. Hm, fragen. Tatsache. Vielleicht will ich ja auch manchmal was wissen und frag trotzdem nicht. Googeln. Ist auch etwas wissen wollen. Ohne zu fragen sogar. Ja, ja, okay, also, vielleicht, warte mal, äh, also, man fragt ja Google gegebenenfalls auch. Beziehungsweise die Suchmaschine. Ähm, die Ästhetik ist, äh, dann die Lehre vom Schönen. Habe ich überhaupt keinen Sinn für. Leider. Also, ihr könnt so schön sein, wie ihr wollt. Ich würde das gar nicht merken. Und dennoch würdet ihr so schön sein. Äh, türkischer Badeort. Das könnte jetzt alles Mögliche, äh, sein. Das ist, äh, jeder mögliche Konsonant. Olivianisches Nutztier weiß ich immer noch nicht. Der Olivenackergaul. Nein. Dreirumpfboot. Äh, äh, noch nicht. Noch nicht. Grabsäule. Stelz. Nein. Stellt. Okay, da bin ich mir gerade noch nicht sicher. Äh, Dreirumpfboot ist definitiv kein Katamaran oder sowas ähnliches. Äh, auserlesen. Männlicher Artikel ist erstmal ganz gut. Äh, dann wäre auserlesen vielleicht edel. Äh, äh, das bolivianische Nutztier. Das bolivianische Nutztier. Äh, äh, ich weiß es tatsächlich immer gerade noch nicht. Äh, gerade immer noch nicht. Besonderheit. Äh. Äh, Hülsenfrucht ist dann wohl die Bohne. Jetzt haben wir es endlich. Ja. Äh. Hm. Hm. Besonderheit. Was gibt es denn noch? Merkmal. Äh, Abhebung. Ne, ne, äh. Es ist, es ist, eine Grabsäule ist auch kein Stell. Stellen? Stellen? Ne, warte mal. Stähle. Ha. Ja, ich dachte mir nämlich auch, hier, hier kommt doch bestimmt, äh, äh, können nur bestimmte Buchstaben stehen wegen dem R hier. R. Kerl. Ja. Okay, äh. Ha. Ja, das Lamm ist natürlich das Bolivianische. Ne, ne. Das Lama ist gemeint. Ah, natürlich. Nein, nein. KMS ist kein türkischer Badeort. Das Bolivianische nutzt hier Lama. Genau. Ähm. Ich versuche erst mal, irgendwas einzugeben. Das ist völlig falsch. Ja. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich hier überhaupt, äh, eingebe, aber ich warte darauf, dass ich mal irgendwo einen Buchstaben bekomme. Ähm. Ne. Ne. Okay. 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 Äh. Besonderheit. Ach, natürlich. Die meinen das Phänomen. Das Phänomen. Das ist ja ein Phänomen, dass ich das Wort überhaupt noch rausgekriegt habe, auf die Art und Weise. Weil es ja, also selbst wenn ich alle Buchstaben hier mittendrin habe, ist es echt schwierig, noch die ganzen fehlenden zu finden. Aber es hat geklappt und jetzt begeben wir uns zu unserem Erlösungsworträtsel und schauen wir mal. Okay, den Buchstaben habe ich schon. Ich versuche es mal schnell. Koralleninseln weiß ich jetzt gerade noch nicht, aber nee, passt nicht. Nasszelle. Nasszelle. Ja, es könnte das sein. Ähm, japanischer Kaiser, das weiß ich auch. Ähm, Karpfenfischarzt. Äh, ja. Hatten wir da schon mal was? Zahl, könnte alles mögliche momentan sein. Äh, wobei eine Zahl, ähm, die auf vermutlich S endet. Ähm, eins, ah, eins endet auf S. Okay. Ja, ja, ja. So, ähm, gern haben. Mögen wahrscheinlich. Lieben wäre ein bisschen krass. Ähm, dann. Aber, nee, Bottrop, ja, dann ist es wohl Lieben. Dann ist es Lieben. Dann haben wir hier ein E. Ähm, für die Beurteilung. Okay, ist wahrscheinlich das jetzt wieder. Wegen dem japanischen Kaiser, dem Tenno. Äh, Färberpflanze. Äh, ich versuch gerade mal rauszufinden. Was ist denn der Raubwahl? Orca vielleicht? Ähm. Die mitteleuropäische Zeit. Oh ja, das ist, äh, GMT. Ist das nicht GMT? Greenwich Median Time oder sowas? Ja, dann kommt hier ja schon mal, äh, ein G hin und kein C. Farbton. Hm. Oh, Plattensee. Was ist denn Plattensee? Das Unsterbliche. E wie, äh, nee. Das Unsterbliche. Hm. Steuertafel ist ein Paneel. Also kommt hier ein N rein bei der 3. Das hier hatten wir gehabt, äh, mal weiter. Abschiedsgruß ist mal wieder AD. Das Blasinstrument, äh, könnte die Oboe sein. Schulfach. Mathe wäre dann aber, dann wäre es die Tuba. Was auch eher ist, weil, äh, AD beginnt nicht mit E. Dann ist es die Tuba. Da haben wir hier ein U. Hier hatten wir ein D, D, U. So, dann die 3 war, äh, N. Hm. Gucken wir mal, was dann jetzt. Ernten. Okay, ja. Hm. Das, äh, ist dann wahrscheinlich, ja, der Satan. Äh, ähm, Honduras, denn wenn, wenn jetzt hier ein, äh, S, äh, zufällig steht, allgemeine Studentenausschuss, äh, Ausschuss. Hm. Hm. Tatsächlich sagt mir das gerade nicht so viel. Hm, aber sagen wir mal, hier ist trotzdem ein S drin. Dann. Ah. Also, ich würde fast sagen, es ist, äh, Honduras, äh, ist doch, Honduras ist, äh, dieser Ort, äh, ich würde es am liebsten selber mal nachschlagen gerade, aber ich meine, das Lösungswort könnte Honduras sein. Und dann klären wir nochmal, was das genau ist. Ich meine, es ist ein Ort. Irgendwas mit Hawaii wahrscheinlich. So, ähm, ich, 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 äh, werde das jetzt einfach mal so ein, äh, loggen und dann, äh, schauen wir mal, ob ich recht hatte. Wenn nicht, dann ist es halt nicht so. Äh, äh, b, 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 b. Ach, allgemeiner Studentenausschuss ist Asta, natürlich, ja, dann, äh, passt das ja mit Honduras bisher. Wenn wir hier den Satan haben, dann haben wir hier AD, äh, dann das Blasinstrument Tuba, ja, ja, okay. Äh, ernten sind hier, äh, Kleinbus ist ein Van, Epoche ist eine E, eine Ara. Ja, ja, genau, eine Ära. Dachdeckmaterial ist noch gerade nicht so wichtig. Ne, ne, ein Schriftstück könnte eine Akte sein, ja. Äh, ähm, oh Gott. Was ist denn das nochmal? Hed, geht, feht, tit, rät. Ah, rät, passt. Ähm, tatsächlich geraten, äh, und hab mir gedacht, das ist das Wort, was am ehesten noch so klingt, als ob es Dachdeckmaterial sein könnte. Schlaufen, ähm, wissen wir noch nicht. Flüssiges Fett ist aber Öl. Öl. Schlaufen sind Ösen. Dann. Äh, verwandte ist die Tante. So, das haben wir. Zu keiner Zeit ist nie. Ähm, die, der Teil des Weinstocks ist die Rebe, natürlich. Äh, Standbilder. Standbilder, auch wirklich, jaja. Äh, erstmal Insel im Pazifik, weiß ich noch nicht. Hauptstadt von Marokko. Dubai. Passt zwar rein, ist aber, ist es aber nicht. Gänsevogel, ist doch nicht etwa die Ente. Daten, Datenüberhang. Gucken wir mal. B, O, T ist Bottrop. Vorfahren sind die Ahnen. Daten, Datenüberhang, Overhead. Das ist damit gemeint. Ah, Schulfach ist dann tatsächlich Mathe. Ähm, Tintenfische. Kalmare, ja, okay. Nasszelle wäre das Bad, ja. Koralleninseln, weiß ich noch nicht. Karpfenfischart, kann ich mir auch noch nichts darunter vorstellen. Huch. So, eins. Haben wir hier, ähm, Karpfenfischart ist, ja. Gute Frage. Gern haben ist natürlich lieben, wie ich gesagt habe. Äh, die Beurteilung ist die Note. Mhm. Ähm, war das der Alet? Ja, den hatten wir doch schon mal. Ah. Äh, Erbgutträger ist das Gen. Äh, Koralleninseln sind dann wohl die Atolle. Und schon haben wir Honduras raus. Honduras. Honduras? 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 Wir haben auf jeden Fall das Lösungswort. Oder Honduras. Äh, Hondurasso. Hondurasö. Nein, ich hab, ich hab gerade wirklich keine Ahnung. Also, ich sag Honduras dazu. Weil, mir hat das nie jemand vorgesprochen. Ich hab auch Archipel zu Archipel gesagt. Das ist mir sowas von egal, wann das falsch ist. Wenn, äh, solange mir keiner sagt, dass das falsch ist, werde ich das weiter so sagen. Nein, aber bei Archipel hat's mir ja jemand gesagt. Ist ganz nett, dass man das dann auch nach Jahren mal erfährt. So, ähm, das Unsterbliche. Hm. Äh, ähm, Farbton könnte auch lila sein. Ist es aber nicht. Grün, rot, blau, gelb. Aqua. Das wär auch ein bisschen komisch. Ähm. Plattensee. Plattensee. Äh. Ja. Bodensenke ist erstmal das Tal. Huch. Äh, ähm, ansonsten Raubwahl. Also, erstmal machen wir GMT hier rein. Nee, äh, dann war's wahrscheinlich CET. Central European Time. Was war denn dann? Äh, aber Greenwich, äh, also GMT gab's doch auch. Ich glaube, das sagt sogar so fast dasselbe. Aber, äh, mitteleuropäische Zeit ist ja eigentlich nicht, äh, die westeuropäische Zeit. Also, äh, wahrscheinlich, äh, CET und GMT sind ein bisschen verschoben, aber sonst geht's. Äh, dann haben wir ja doch den, äh, Orca hier. Äh, äh, rosede, nein. Äh, rasede, risede, rusede. Was hatte ich denn jetzt noch nicht? Also, rasede, e hatte ich. Ach, resede. Resede? Ich hab keine Ahnung, wie das mal wieder... Ähm. Hm. Äh. Welcher könnte der Farbton jetzt sein? Was könnte das sein? Machen wir erstmal hier. Standbilder sind wohl dann die Statuen. Äh. Rabatt gibt's in Marokko. Aber mit einem T nur am Ende. Äh. Plattensee. Äh. Palaten. Nein, natürlich nicht, aber... Hm. Hm. Balaton. Natürlich. Ungarn am Balaton. Äh. Anscheinend meinen die hier die unsterbliche Seele. Und dann ist rosa... Rosa der Farbton. Huh. Es ist mal wieder soweit gewesen. So, äh. Wie lange haben wir denn jetzt insgesamt gebraucht? Ah, ein bisschen über 20 Minuten für beide Rätsel. Ja, das läuft auch. Das ist doch schön. Ja. Und ich hab mir die ganze Zeit gedacht, nee, hier kann doch der Orca gar nicht reinkommen, weil hier, äh, die mitteleuropäische Zeit ja was anderes ist. Ja, so kann man sich, äh, irren. Aber zumindest das Lösungswort ohne eingetragene Buchstaben doch richtig erst mal erraten. Puh. Ich glaub, ich sollte mal irgendwann so spätestens ab Folge 50 richtige, äh, äh, Kreuzworträtsel aus Zeitungen mit einbringen. Aber die könnt ihr ja dann nur, äh, bei mir hier miträtseln, wenn ihr die Zeitung nicht habt. Hm. Hm, was mach ich? Oder ich such mir eine andere Seite mit, äh, fortgeschrittenen Kreuzworträtseln. Wenn das hier denn, äh, nicht als fortgeschrittenes Kreuzworträtsel zählen sollte. Na jedenfalls, ähm, würde ich da mal sagen, äh, es ist mir eine Freude gewesen, mal wieder euch hier begrüßen zu dürfen. Und damit würde ich sagen, der Fadeout passt gerade, dann würde ich mich auch mal verabschieden. Tschüss!